Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das zu Indien gehörende Ladakh. Wegen seiner Lage unmittelbar an den Grenzen zu Pakistan und China war Fremden der Zutritt zu dieser Region bis 1974 untersagt. Als eine Folge dieser Abgeschlossenheit ist die Kultur des tibetischen Buddhismus in Ladakh, das auch als West-Tibet bezeichnet wird, bis heute lebendig geblieben. Alljährlich am Neujahrstag begeben sich die Menschen in Ladakh auf eine Pilgerreise, bei der sie sich immer wieder zu Boden werfen. Dieses Sich-Niederwerfen ist ein Gebetsritual, durch das alle lebenden Seelen dieser Erde vom Leid der Seelenwanderung befreit werden sollen. Ein grundsätzlicher Glaubenssatz im Buddhismus besagt, dass die Wiedergeburt mit Leiden verbunden ist. Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Mit anderen Worten, die Person, die wiedergeboren wird, muss sich mit Krankheit, Alter und letztendlich mit dem Tod auseinandersetzen. Darüber hinaus wird der Mensch wieder und wieder geboren, in Schmerz und Leid, so lange bis er die Erleuchtung erreicht. Nach den Lehren des Buddhismus ist dieser endlose Zyklus von Leben und Tod der Grund für das Leiden. Die Erleuchtung kann nur erreicht werden, wenn der Mensch diesem Kreislauf der Wiedergeburt entflieht und in einen Bereich gelangt, der über Leben und Tod hinausgeht. Die Menschen hier beten für ihre Erleuchtung und praktizieren Enthaltsamkeit und Rechtschaffenheit. Es heißt, dass es im tibetischen Buddhismus mysteriöse Sutren gibt, sogenannte Therma, verborgene Schätze. Angeblich sind diese Sutren in den Bergen und Höhlen des Himalaya versteckt und werden erst dann entdeckt, wenn die Notwendigkeit dafür gegeben ist. Das tibetanische Totenbuch ist eines dieser Therma. Diese speziellen Sutren wurden von Padmasambhava verfasst, der den Buddhismus Ende des 8. Jahrhunderts von Indien nach Tibet brachte. Dankeschön! Untertitelung des ZDF, 2020